1997 war unsere Mitarbeiterin Steffi Hartmann zeitweise in Hollywood tätig. Und so kam es, dass sie dort vor Ort den damals bekanntesten Kassler Thomas Stellmach treffen und für den Wildwechsel interviewen konnte. Grund für das Interview war die Tatsache, dass Stellmach für seinen Kurzfilm Quest für den Oscar nominiert war. Damals war er schon extrem begeistert, einfach nur dabei sein zu können. Aber offensichtlich hat ihn das Treffen mit dem Wildwechsel Glück gebracht, denn er gewann tatsächlich den Oscar für seinen Kurzfilm Quest. Was mir einige Zeit später meinen eigenen Oscar-Moment verschaffte. Bei seiner Ehrung im Kassler Bali-Kino durfte ich tatsächlich für einige Sekunden den echten Oscar in der Hand halten und er ist echt schwer. Aber kommen wir zum eigentlichen Star und zum eigentlichen Grund für unseren Beitrag heute, Thomas Stellmach. Thomas Stellmach wurde 1965 in Straubing geboren. Er ist Trickfilmregisseur, Produzent, Autor und Animator. Er hat ungefähr 50 internationale Auszeichnungen für seine Filme gewonnen und wie gesagt 1997 den Oscar für seinen Stop-Motion-Film Quest. Bei seinen Filmen verwendet er unterschiedliche künstlerische Mittel und Stile an. In seinem neuesten Kurzfilm, The Soul-Fact-Schwan, das heißt glaube ich so viel was wie das Würstchenrennen, ist das richtig, Matthias? Ja. Erzählt der heutige Kassler und wie gesagt Oscar-Preisträger Thomas Stellmach die Geschichte von Rotkäppchen, sagen wir mal ein bisschen anders und neu und setzt dabei auf historische Filmtechnik. Dazu aber später mehr. Nach drei Jahren Produktionszeit ist es Thomas Stellmach gelungen, auch dank einer Crowdfunding-Kampagne, seinen Kurzfilm jetzt endlich fertigzustellen. Die Deutsche Filmbewertungsstelle in Wiesbaden hat den Film bereits gesehen und hat ihn mit dem Pradikat besonders wertvoll ausgezeichnet. Thomas Stellmach sagt selber über seinen Film, mit einer Mischung aus Humor, Zynik, Tragik und Skrupellosigkeit erzählt der Film überspitzt, wie Gier zu Korruption und zu einem tödlichen Pakt führt. Der Film soll natürlich zum Nachdenken anregen. Die Premiere, es ist sogar die Weltpremiere des neuen Films, wird in Kassel stattfinden und zwar im Gloria-Kino, wo es zusätzlich zu dem Film auch ein buntes Rahmenprogramm zu sehen gibt. Die Premiere wird am Samstag, den 18. September um 14 Uhr stattfinden und ungefähr eineinhalb Stunden dauern. Der Eintritt wird 20 Euro kosten und die Tickets gibt es nur online auf der Webseite des Films. Die Adresse der Webseite werde ich im Schluss nochmal nennen. Mit diesem Preis werden nur die Kosten der gesamten Veranstaltung beglichen. Wer sich den alten Film, also den ersten großen, nicht den alten Film Erfolg nochmal anschauen will, dann findet ihn auf YouTube. Einfach nach Thomas Stellmach und Quest suchen, dann dürftet ihr da draufstoßen und könnt euch den Film nochmal angucken. Aber kommen wir nochmal zu Souljet Run. Dieser Film ist ein Experiment mit historischer Filmtechnik. Ich zitiere mal aus unserem Artikel auf der Wildwechselseite. Daher spielt Thomas Stellmach auch in seinem neuen Film mit den Grenzen dessen, was in Animationsfilmen möglich ist. Diesmal erreicht er das mithilfe von Zoetropen, nie gehört vorher, die auch unter dem Namen Wundertrommeln bekannt sind. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Das sind optische Geräte, die die Vorleifer für die Erfindung des Films im 19. Jahrhundert waren. Das sind so runde Dinger, wo man so einschauen kann. Sie erzeugen bewegte Bilder auf mechanische Weise. Sieht man manchmal in älteren Filmen, vielleicht dem einen oder anderen schon mal aufgefallen. Erfunden hat die der Mathematiker William George Horner. Und zwar schon 1934 wurde das unter dem Namen Dederlund in den Weg in die Gesellschaft gefunden etc. Haben wir ein bisschen seltsam geschrieben hier auf der Seite, müsste vielleicht mal korrigiert werden. Also der Film Sausage Run ist also ein Experiment mit dieser historischen Filmtechnik. Und das ist halt wichtig, wenn man sich den anguckt, damit man halt auch erkennt, warum das so aussieht, wie das aussieht. Weitere Infos findet ihr zu dem Film auf der Webseite www.thesausagerun.com Oder ihr guckt nochmal in den Artikel rein bei uns auf der Wildwechsel-Webseite unter www.wildwechsel.de Da findet ihr natürlich auch einige andere interessante Themen, die müsst ihr dann aber selbst entdecken. Ich wünsche sowohl beim Filmen als auch beim Lesen viel Spaß. Das war's.